Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn. Wir sind mal wieder in Devil's Crossing, weil, obacht, wir haben eine Quest hier vergessen, die wir schon extrem lange machen hätten können, aber egal. Ähm, bla bla bla, excuse me, yes, we will explode. Oh, wir müssen ihm Dynamit bringen, zum Glück habe ich genug Dynamit über. Ach, das ist dabei, okay, gut, jetzt wäre es losgelaufen. Ist es safe? Ja, Blastfernet, äh, of course, um, völlig content, so, once in a, once a billion, this can't end well. Ähm, thanks, okay, er hat sich gerade weggesprengt. Accept. Wirklich? Ja, aber er lebt noch. Und jetzt haben wir Dismantle freigeschaltet, aber dafür braucht man sieben Dynamit, um irgendwas zu dismenten. Dismantle ist, um ein Artefakt wahrscheinlich kaputt zu machen. Und, obacht, ich habe ein Artefakt gebaut und jetzt kann er sein Zeug machen. Ja, ich habe auch ein Artefakt gebaut. Ähm, wir haben uns allgemein ein bisschen umgeguckt, weil es ziemlich gerade Sachen gab. Wir müssen gleich noch eine Quest annehmen und ich muss jetzt erstmal noch Quests abgeben und zwar, äh, das ist auch Recovian hier, for the children, die haben wir eben, äh, bei ihm auf dem Server noch gemacht. Das war das mit, äh, Oscar Jr. und den ganzen Kindern, die hier rumstehen. Mit dem reden wir jetzt mal. Bei mir stehst du übrigens auch noch rum. Schlag mal irgendwie in die Luft. Nein? Nein, ich stehe hier nicht mehr rum. Ich bin jetzt gerade, komme jetzt gerade wieder nach unten. Du stehst seit dem Anfang des Parts bei mir, äh, beim Händler, die ganze Zeit rum. Ich stehe jetzt neben dir, glaube ich. Warte, 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 wo bist du? Da bist du. Nein. Jetzt habe ich, ich habe gesehen, dass du ein Portal aufgemacht hast. Jetzt bist du, stehst du woanders plötzlich. Ja, das hatte ich bei dir auch schon mal. Also jetzt stehst du immer noch rum, ne? Ich bewege mich nicht? Du stehst jetzt bei mir mit deinem Schwertraum. Moment, ich pop ihn. Alter. Mal gucken, was sich dann verändert hat. Ich gebe jetzt die anderen Quests ab. Du stehst immer noch rum, gut. Ähm, wir haben die Quests gerade angenommen, so ich habe sie auch schon fertig gemacht. Das war die Quest, die wir annehmen mussten. Nein, wir müssen auch noch mit, äh, Barnabas sprechen. Ja, das ist aber eine Quest, die wir machen müssen und nicht annehmen. Ja, aber das ist eine Quest, die wir schon haben. Also ich meinte... Also ich bin jetzt nicht hier oben bei dir. Du bist, nein, du stehst bei mir immer da rum. Okay, gut, dann lass uns den Part nochmal vergessen. Wieso? Und ich... Aber ich habe doch jetzt die Quest gemacht schon. Ich mache den Server nochmal neu auf. Okay. Wir können es ja einfach drin lassen im Part. Machen wir den Part ein bisschen länger. Und ich pop ihn hier immer woanders hin. Du hast es schon ausgemacht. Nein, ich habe noch angemacht. Also ich bin noch an. Wo bist du jetzt? Ich bin gerade zu, äh, Burry the Hell gegangen. Und jetzt stehst du da nicht mehr rum. Jetzt bewegst du dich. Jetzt? Bewege ich mich? Ja. Okay. Alles cool. Boah, ist das nervig, Alter. So. Ähm. Äh, Old Akovia. Old Akovia. Äh. Das ist alles in Old Akovia. Okay, ich muss jetzt drei Quests in Old Akovia abgeben. Und, ähm, wir müssen jetzt mit Barnabas sprechen. Dann lass uns erstmal mit Barnabas sprechen. Wir müssen jetzt mal die Quests abgeben. Wir kommen jetzt halt eh wieder nach Old Akovia. Okay, dann rede ich mit ihm. Okay, du machst das. Nein, du redest mit ihm. Äh, come friend, share a glass of clean water with old Barnabas to celebrate your victory in Burrwitch. Morning, I said you have a plan for food situation. Ride to business, äh, before the world fell apart. Burrwitch called bla bla bla. Food stocks, farmlands, continue. If that's not an option, we will smugglers pass or smuggling through the broken hills, homestead. What can I expect out there? Okay. Nobody's been as far as not as homestead in months. Okay. Hört man eigentlich, dass meine Freundin in ihrem Buch rumblättert? Nö. Aber irgendwie, wir haben gerade eine Quest bekommen und haben die direkt abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich, weil wir das dabei hatten, was er wollte. Nein, also, wir sollten da irgendwie was, irgendwas im Schmugglerpass gucken. Und jetzt steht da, äh, Homestead. Moment mal, wo ist denn Homestead-Locker im App? Picture Douglas. Das ist eigentlich kein Mensch, sondern ein Parfümerie-Geschäft, den ganzen Gezuppel. Oder er meint Douglasia, das ist ein Baum, aber okay. Oder er meint wirklich einfach Douglas. Ich port mal nach Olde Cave, ja? Okay. Oder Olde Cave, ja? Ich weiß es gar nicht mehr. Olde Cave, ja, sorry, dass ich lebe. Wo zur Hölle ist bitte Homestead? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Did you know that Orcowia... Mmh, 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 mmh. Ach, da, oh Gott. Okay, erste Quiz abgegeben. Ich hab die Quest abgegeben. Kriegst du eigentlich auch noch EP dafür, oder? Äh, ich krieg grad nichts. Ich port auch mal zu dir, weil wir müssen jetzt irgendwie bald... Report back to Quade at the Rover Camp in Olde Cave, ja. Wo ist das Rover Camp? Das ist doch das... ach, da ist er. Ja, der ist tot, ne? Except... Okay, ähm... Ich bin übrigens fast fertig mit Level 26. Ich bin fast fertig mit Level 27. Okay. Okay, was jetzt der hier noch so schön ist? Oh, wir sind bei Franchi. Okay, wenn das... oh, das erste ist auch schon nicht schlecht. Moment, nein, ach, Moment, nein. Oh Gott, nee. Das erste ist schlecht. Ja, ich war beim zweiten. Was gibt's denn hier... was ist das eigentlich nicht? Damit kann man nur mehr Schaden machen für kurze Zeit, oder was? Ja, mehr Schaden und halt... Das eine ist ein Schlucktrank, glaube ich. Das andere ist ein Wurftrank. Ja, und ich hab noch ein anderes Schild ausgerüstet, was in meinem Übergabebereich hatte. Okay, wir müssen jetzt... Nach da wahrscheinlich. Da war doch, glaube ich, zu, oder? Wir müssen da... Das kam doch vorher nicht lang. Warte mal kurz, ich muss meine Katze nicht erklären. Oh, jetzt können wir ja sprengen, aber wir haben die Vorhills noch nicht fertig. Ähm, okay, dann müssen wir nochmal hochgehen zu dem Vorhills. Einfach durchwaschen, ne? Ja, fiel mir auch gerade wieder eine. Ich hab gerade mal kurz auf meine Knarre gewechselt. Ja, ähm, ich hab jetzt mehr Cunning wegen dem Amulett. Man konnte ja kurz sehen, was es macht. Ich hab das hier, falls es jemand sehen möchte. Schön hat das gelaggt, Alter. Was? Ähm, ich hatte gerade kurz, hatte ich keine Waffen aktiviert. Ich hab mit Fäusten gekämpft. Ach, du bist durchgegangen, komplett. Okay. Ja, also, wir waren hier überall schon. Also, wir gehen jetzt da wieder hin, wo wir in Cronys Hölle waren. Ja, genau. Und da geht's dann noch weiter. Dann fährt er gerade aus. Ich wette, das sind nur so zwei Zentimeter und die hätten wir einfach 4-Cronys Hölle machen müssen. Nein, das ist ein kompletter Berg, genau. Das ist ein kompletter Berg, genau. Das ist ein kompletter Berg. Das hat man gehört. Was mich verwirrt hat. Ich glaube, sie ist auch schon mehr erpisst. Wo du aufnimmst? Nö, wahrscheinlich hat sie einfach ihre Tage oder so. Oh mein Gott. Das ist lustig. Ja. Ho, 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 so lustig. Ich hoffe, ich hab Debitor's Part von Mark heute noch nicht gesehen. Hoffe ich auch. Debitor macht einfach... ...ölgest Kritis. Ich muss heute noch aufnehmen. Was? Ich muss heute noch aufnehmen. Was sind SSS Kritis? Vier. Hier? Okay. Oder drei. Das war schlecht. Okay, ich entschuldige mich dafür aufrechtlich. Das ist lustig, weil ich nichts verstehe. Schatz, kannst du bitte die Türen leise öffnen und schließen? Du bist kein... Ja, Krampel. Kann man sich drüber streiten. Okay, ich bin jetzt leichter, aber nicht mit schlechten Partei. Oh, ich hab mich schön festgelegt auf der Brücke hier erstmal. Okay, Partei. Oh mein Gott, ich muss jemandem helfen. Ach nee, die ist so... Nee, nee, schon gut. Wir sind einfach nur... ...Skelette, die sich mit den normalen Leuten prügeln. Nice. Also wir müssen bestimmt schaffen, dass die normalen Leute überleben, oder? Nein, das ist eine... ...Klone-Frundies-Basta da. Achso. Die leben gar nicht mehr, wir haben den da umgebracht. Dann haben wir nicht, seine Gangs nur verstreut. Schwul. Aber mich interessiert eigentlich, was passiert, wenn man Sidus nicht tötet. Ob dann, äh... Das sind die Waffen wahrscheinlich einfach viel stärker. Ja, aber was dann mit den Jungen da ist, also der... ...den werden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ja, also haben wir jetzt gerade wieder gute Sachen für... ...unsere Stadt getan. Also eigentlich schlechte Sachen, weil wir... ...nicht noch mehr Leute gebrauchen können, aber... Doch klar, wir haben jetzt eine Frau und einen Typen. Auch wenn ich nicht weiß, wo Juliette ist, oder wie die hieß. Die steht doch direkt daneben. Nein, das ist die komische Fazit, die schon in der Zeit da war. Okay. Vielleicht sind sie draufgegangen. Ich hätte ein bisschen Hilfe gebraucht, hier sind wieder Skelette und ich will nicht alle allein töten. Ja, ich töte von der anderen Seite aus. Achso, du bist gerade komplett woanders hingegangen als ich. Du bist außen rumgelaufen und ich bin hier... Au, der macht Schaden. Was ist das? Ich habe doch gesagt, ich bin einmal außen rumgegangen. Ich bin einfach nur rechts neben dir vorbeigelaufen. Ja, aber hier waren Gegner, die mir Aua gemacht haben. Ja, und die hat mich wahrscheinlich One-Hit getötet. Wahrscheinlich. Nein, hat sie nicht. Nicht One-Hit. Aber sie hat nicht relativ schnell getötet. Du hast recht. Okay. Mal gucken, ob irgendwo Junk rumliegt, was wir kaputt machen können. Wie zum Beispiel das hier, um Chill Steeds zu bekommen oder sowas. Crap. Dann guck ich jetzt noch kurz den Weg, an den du da gegangen bist, weil ich möchte die gerade auch 100% erkundet haben. Oder zumindest 74,3%. Okay, das muss jetzt ja... Hier steht in der Kiste. Oh. Oh, Kleingeld. Ich sehe zwar dein Geld nicht, aber ich sehe einfach, wie es blitzt und dann klingen. Da ist was, da redet... Ah, ne, das ist das Ding da unten, die Detonation-Set, die wir sprengen können. Das ist zum Sprengen. Ja, da bin ich ja schon noch mal eingelaufen, kurz. Hast du Dynamit noch dabei oder nicht so? Ja, klar. Also das Dynamit packe ich nicht mehr weg. Okay, ich habe es wieder weggepackt. Ich habe aus dem Strap jetzt dieses mal weggelebt. Also mein Inventar ist ein bisschen leerer als vorher. Mein Inventar ist eigentlich immer leer. Deine Freundin kann echt nicht leise irgendwas machen. Die muss immer mit 6000 Dezibel alles zuknallen und... Also ich habe das nicht gehört gerade. Aber sie hat gerade richtig laut die Badezimmer zugemacht. Ist es bei dir auch gerade so farblos geworden? Ja. Wird es gerade nachts? Keine Ahnung. Gibt es noch Farb? Also gab es überhaupt Tag-Nacht-Wertfläge? Ich weiß es schon mehr. Ja, gab es auf jeden Fall. Ich bin gelevelt. Oh Gott, meine Stimme. Zwei... Freddy, kleines Problem. Was? Das sind zwei Boss-Monster. Egal. Ich habe heute übrigens, also für euch vorletzte Woche sogar schon, mal zwei, drei Playlists angepasst wieder, die nicht so ganz gestimmt haben. Und ein paar Playlists haben noch ein paar Videos gefehlt. Also meistens schon eins. Und einige waren verkehrt angeordnet. Und dann muss ich noch ein bisschen... Ähm... Ja, die Videos benennen und sowas. Habe ich heute alles gemacht. Also für euch vor ein paar Wochen. Und... Ja, wollte ich nur mal anmerken. Das ist cool. Dankeschön. Alter, diese hellen... Wow, 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 wow. Ja, deshalb bin ich weggegangen. Der erste ist übrigens gleich tot. Ich weiß. Der andere macht da noch mehr Schaden. Das ist das Problem. Weil was blau ist... Ich glaube, das habe ich schon wieder dreimal jetzt. Ach, der ist gerade bei dir. Oh. Bei mir... Hä? What the fuck? Der portet sich bei mir rum. Du portest dich bei mir rum. Bei mir war der gerade da hinten, wo... Also... Jetzt sind wir gerade beide neben ihm, oder? Ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Ja. Ich stehe gerade bei so zwei, drei Bäumchen da, ne? Ja, genau, da wo ich hinschieße halt. Ja, genau. Ja, eben gerade... Hat er sich einmal direkt zu dir herangeportet und war da auf einmal wieder da, wo er eigentlich hätte sein sollen. Bei mir hast du dich nur hinterhergeportet. Äh, nicht. Er hat sich hinterhergeportet, glaube ich. Gut, bei mir haben die nichts Blaues verloren. Oder nichts Grünes. Nee, das ist... Nee, jetzt habe ich einen Zaubererhut auch noch. Sehr gut. Oh. Also kein Zaubererhut, sondern Zaubererhut. Hut. Hut Gangster. Oh Gott, das Spiel ist jetzt komplett blind für mich. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Was müssen wir machen? Ist das Pokémon? Pokémon. Ja, wie gesagt, ich habe bei Cronlay aufgehört im Singleplayer. Aber ich war schon... Also ich bin jetzt genauso wie im Singleplayer. Zum Glück ist das Geld bei mir auseinandergefallen und trotzdem hat es sich immer wieder zusammengesetzt und ist weitergelaufen. Das sah gerade ziemlich lustig aus. Das hat mich übrigens bei Sacred angekotzt, dass die Skelette mehrmals aufgestanden sind. Ja, dafür gibt es ja auch extra einen Trank, dass das nicht mehr passiert. Ja, aber dann muss man den dauernd nehmen. Ja, wenn du zum Beispiel bei Korat nur da in der Wüste rumpumpest, dann musst du den ja nehmen, aber sonst nicht. Dann macht Christian zwei... Ja, kannst du doch tun. Wenn Frauen nicht wissen, wie sie kochen sollen. Oh, oh, die habe ich gar nicht gesehen. Du hast einfach raufgebildigt. Ich habe die auch nicht gesehen. Ich bin einfach weitergelaufen und dann läuft sie nur auf einmal spawnier da. Aber beim Multiplayer war es ja wenigstens so, dass die ja nicht die ganze Zeit da wieder aufgestanden sind. Das wäre auch richtig ein Kotzen gewesen. Das ist wirklich geil. Da hinten sind übrigens hinter uns wieder welche gespawnt. Da hinten sind hinter uns welche gespawnt. Die wir einfach ignorieren, weil sie nicht herkommen. Sehr gut. Oh Gott. Einer hat gerade geschossen. Alla huakbar! Ich mache so viel Schaden an Skeletten, das ist so geil. Man kann übrigens in GTA Haftbomb mal an andere Leute werfen. Ich weiß. Ich glaube, das weiß jeder. Ich wusste es bis vor kurzem nicht. Echt nicht? Nein. Okay. Jetzt check ich mal die Leute, mit denen ich online spiele, in den Märtyrer-Tod. Ich werde nie wieder mit dir online spielen. Warum nicht? Willst du im Märtyrer-Tod nicht sterben? Nein, nix Allah-Fuakbar. Ich denke mir eher so, Gott kann für mich sterben. Alles gemein. Ach, du weißt doch, warum du in den Himmel kommst, oder? Weil... War es kalt? Da hinten ist was, hallo. Nein, aus dem ganz einfachen Grund, wenn du vor der Gottestür... Nein, wenn du vor den Toren Gottes stehst und er dich fragt, warum du in den Himmel gelassen werden sollst, dann sagst du einfach, Jesus hat für meine Sünden gebüßt, und dann lässt er dich... Order of Death Vigil? Was denn das schon wieder? Freddy, wo bist du? Da war eine Quest! Okay, wir müssen Nomo's Dread töten. Laudus Vagra und... Die Quest hab ich nicht. Doch, hab ich. All Scars. Ja, ganz oben. Ich hab jetzt nur drei Quests, ist das richtig? Ja. Troll Rampage, We Need Food und All Scars. Ja. Stimmt, wir müssen den Troll hier auch noch irgendwo finden. Oh, Geld. Klein Geld. Ja, das hat mir übrigens so ein Typ erzählt in der Stadt. Ich glaub, es war so ein Zeuge Jehovas oder so ein Fummel-Fritzer. Ich hab nicht zugehört, ich war mit der Quest beschäftigt. Okay, okay. Ich hör's mir einfach irgendwann in dem Part an. Ich weiß nicht, ich kann hören. Ich denk auch nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich hab nur erzählt, aus welchem Grund du in den Himmel kommst, obwohl du's nicht verdient hast. Ich hab's verdient. Nein, Hacker haben das nicht verdient. Hey. Ich hör gar nicht mehr so viel. Äh. Können wir... Ja. Wann sich hier geht's weiter? Ah, das ist der Troll. Tötet mich? Ja, YOLO. Ist das überhaupt der Troll? Ja. Danke, dass du gerade um mich rumgeist, Schatz. Bist hilfreich. Soll ich lieber Arco abholen. Wie viel Charme machst du denn eigentlich? Ähm. Wenn ich irgendwann mal rankomme, so 100 maximal. Wirklich? 100 Schaden mach ich. Ich mach dir minimal 300. Äh, minimal 94. In der Standardmesse so 300. 250, 300. Also ich mach jetzt 300. 400, 500, 500. Äh, 50, 600, 200. Ach, ich mach ein bisschen Schaden. Ich mach weniger Schaden als du. Aber ich mach noch Schaden. Ja, zum Glück hab ich so'n Hochrein-Skill. Das ist voll geil. Ja, ich hab mich jetzt mal vorhin gestellt. Und hack mal ein bisschen rein. Ist auch gleich gut. Oh, was ist das denn, Alters? Spirit, Physik. Brauchst du ne Rüstung? Ne, 84 ist zu wenig. Oh gut, hier könnte man das auch, Alter, die wegspringen, was die hier gebaut haben. Ja, dann lassen wir das doch, ne? Wieso? Ja, dann kostet uns kein Dynamit. Ja, aber willst du das wirklich so haben? Okay, dann lass uns mal auf den Berg rauf gehen, weil ich glaub, da geht's doch so. Das ist ja noch ein ziemlich großer Bereich. Hier ist bei mir ein brauner Punkt auf der Karte. Ja, das ist das Untouch-Meer, was ich gerade geöffent hab. Ach, okay. Untouch-Meer sind übrigens immer braun auf der Karte markiert. Ich wusste es nach 74.000 Milliarden Stunden. Hab ich nie drauf geachtet. Du hast erst nach 100 Millionen Stunden rausgefunden, dass man eine GTA-Haftbombe an Menschen kleben kann. Also erzähl mal keinen hier. Ja, du wißt das auch nicht. Natürlich, du hast einen Baumstau. Mit einem Sharing Ember. Mit einem irgendwas. Da sind zwei Leute. Mit denen haben wir schon geredet. Patsch, genau. Mit dem einen hab ich noch gar nicht geredet. Mit dem Geist. Hallo. Der Geist hat die Quest bei mir. Where do I go? Okay. Äh. Enter the Corwin-Under-City. Okay, ja, Corwin-Under-City muss werden. Äh, ich hab keine Ahnung, wo die ist. Äh, also ich musste, also ich konnte mit dem, mit dem Assassin da reden. Bei mir hat der Geist das vorgegeben. Ja, bei mir hat er das jetzt auch, aber vorher hatte ich die Quest von dem, äh, Assassin. Okay. Komisches Spiel. Und ich weiß, wenn wir jetzt noch mal hingehen, hat der Assassin in der E-Quest. Das spielen wir uns verarschen. Nein, hat immer noch der Geist. Assi. Oh, ich brauch unbedingt irgendeinen nicen Shooter zum Let's Playen. GTA 5, die Story. Ist kein geiler Shooter. Wieso nicht? Absolut nicht. Ich mag realistische Shooter. Wie sehr realistisch? Sehr realistisch. Also relativ realistisch. Arma. Ich weiß nicht, ich hab Arma 1, glaub ich, gespielt. Arma 3, keine Ahnung. Das Arma, was man für... Arma 2, der sie. Ja, genau. Brauchte. Das hab ich gespielt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist absolut, hyper realistisch. Du kannst nicht sprengen. Ja. Wenn du 70.000 Kilo Munition oder so trägst, springst du auch nicht so gern. Das ist trotzdem nicht realistisch, dass du nicht sprengen kannst. Du kannst ja nicht mehr über Absperrung oder sowas springen. Du kannst rüberklettern. Und es hat geparkt. Ich weiß nicht mehr warum. Ja, das ist schon zu lange her. Da hinten ist ein Dequest. Lass uns mal erstmal hier lang weitergehen. Haben wir eigentlich noch. Wenn wir mitten in den Gegner stehen, drin stehen... Oh. Der Timer hat jetzt gerade geklingelt. Okay, dann kämen wir jetzt auf die Gegner. Dann machen wir noch ein paar. Ja, oder noch zehn. Oder noch hundert. Alle. Und wir nehmen nur Spieß fertig auf GG. Wenn ich morgen nicht arbeiten müsste, würden wir das tun. Wirklich nicht. Nein, weil du wahrscheinlich nicht kann das mehr helfen. Hey, lass ich mal aufhören. Oh, noch mal eine Gegnergruppe in Polen. GG. Ach, ja. Ich hab's schon vergessen. Sorry, aber du bist auch weitergelaufen. Ja, ich bin ja auch in Rheinland-Ovon-Di. Können Sie bitte stehen bleiben? So, dann hohe der Partei, Leute, bis zum nächsten Mal. How day, René, ciao. Tschüss.